Verwendet ihr auch Google Mail oder das kostenlose Outlook Mail von Microsoft? Also insbesondere, wenn ihr Google Mail verwendet, dann solltet ihr diese Folge vom Netzscanner auf jeden Fall anschauen, denn Datenschützer, und zwar Datenschützer um Max Schrems herum, haben erhebliche Datenschutzbedenken bei der Art und Weise, wie Google Nutzerinnen und Nutzern von Google Mail Anzeigen präsentiert. Darum soll es in dieser Folge vom Netzscanner gehen und jetzt geht es auch schon gleich los. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Netzscanner. Schön, dass ihr da seid, da freue ich mich wirklich riesig. Heute geht es um Google Mail. Wenn ihr also Google Mail verwendet, seid ihr hier goldrichtig. Genauso auch, wenn ihr die kostenlose Version von Outlook Mail verwendet von Microsoft, dann seid ihr hier auch richtig. Und generell schaut euch das Video sowieso an. Es kann generell natürlich für euch sehr interessant und nützlich sein. Gleich vorweg möchte ich sagen, lasst mir gerne einen Like da oder natürlich auch ein Abonnement, damit ihr keine Folge vom Netzscanner verpasst. Das ist, glaube ich, immer eine gute Entscheidung. Also, Google Mail. Google Mail ist eine tolle Sache, benutzen sehr viele Menschen. Ich auch, weil man ja Google Mail kostenlos verwenden kann. Man hat ziemlich viel Speicherplatz bei Google und Google Mail verfügt auch über einen wirklich hervorragenden Spam-Filter. Das muss man sagen. Dieser Spam-Filter hält mir ziemlich viele Werbemails vom Leib und euch wahrscheinlich auch. Aber es gibt Werbung, klar. Und zwar muss ja auch Google irgendwie seinen kostenlos zur Verfügung gestellten Dienst finanzieren. Aber hier gibt es möglicherweise ein Problem. Habt ihr darauf schon mal genau geachtet? Im Posteingang oder in bestimmten Eingangsfächern gibt es manchmal solche Einträge. Da steht Anzeige oder Anzeigenblock oder Werbung daneben. Aber die sehen aus, diese Einträge, im Grunde genommen wie eine ganz normale E-Mail, die eingetroffen ist. Und das ist der Trick nämlich auch bei Google oder von Google, dass uns diese Einträge gar nicht so sehr auffallen. Sie machen uns neugierig, weil es eben aussieht wie eine eingegangene E-Mail. Und wenn man draufklickt, ist es eine Anzeige. Und zwar ziemlich großflächig, wie ihr hier sehen könnt. Man kann die Anzeigen dann sogar im Posteingang dauerhaft speichern, wenn man unbedingt möchte. Selbst das ist vorgesehen. Aber das Problem ist, dass es halt nur diese kleine Kennzeichnung gibt. Werbung, Anzeige und mehr nicht. Und im Eifer des Gefechtes sieht man das natürlich gar nicht und hält das für eine reguläre E-Mail, die reingegangen ist oder reingekommen ist. Aber es ist eben Werbung. Der Datenschützer Max Schrems hat einen Verein in Österreich, in Wien, um genau zu sein. Und dieser Verein nennt sich Neub. Neub kümmert sich immer wieder um Datenschutzverstöße. Und jetzt hier auch um diese Sache. Neub argumentiert, dass die Zustimmung fehlt, um solche Werbemails zu präsentieren. Und zwar eine Zustimmung nach Artikel 13 der EU-Privacy-Verordnung. Ist ja so, wenn ihr Werbemails bekommt, solange ihr zugestimmt habt, dass diese Mails kommen, zum Beispiel weil ein Newsletter verschickt wird oder sowas, dann ist das in Ordnung. Aber es ist nicht erlaubt, euch mit Werbemails zu traktieren, wenn es keine Geschäftsbeziehungen gibt und erst recht nicht, wenn ihr nicht zugestimmt habt, dass solche Mails an euch geschickt werden. Und jetzt wird es knifflig, denn die Werbung, die ihr seht bei Google Mail, die sieht ja aus, als wäre sie eine E-Mail. Streng genommen ist sie aber gar keine E-Mail. Also das ist schon mal eine gewisse, will man sagen, Täuschung oder zumindest Irritation. Jetzt argumentiert Neub aber, weil es aussieht wie eine E-Mail und auch präsentiert wird wie eine E-Mail, bräuchte es eigentlich eine Zustimmung von euch, dass diese Mails euch zugestellt werden dürfen. Die liegt aber nicht vor, weil es ja nun mal einfach Werbung ist, die ihr gezeigt bekommt von irgendwelchen Firmen, die ihr vielleicht noch nicht einmal kennt. Und weil das Ganze am Ende sogar noch als E-Mail gespeichert werden kann, wenn man möchte, ist das Ganze natürlich ganz besonders brisant. Jetzt ist der Verein Neub hingegangen und hat die Beschwerde in Frankreich eingereicht. Und das aus gutem Grund, denn die Datenschutzbehörde in Frankreich ist streng. Sie hat in den vergangenen Jahren schon mehrfach empfindliche Bußgelder an Google vergeben, wegen Datenschutzverstößen, zuletzt auch wegen Verstößen rund um das Thema Cookies. 100 Millionen Euro hoch, also richtig saftige und teure Bußgelder. Und jetzt verspricht sich Neub wahrscheinlich, dass man in Frankreich da am besten vorankommt, weil die Datenschutzbehörden es verstehen, wie man Datenschutzverstößen entgegentreten kann. Das steht natürlich jedem frei, zu wählen, in welchem EU-Mitgliedsstaat so eine Beschwerde eingereicht wird. Und wenn man weiß, okay, in dem Land läuft das besonders gut, dann reicht man es natürlich dort ein. Fest steht, dass solche Anzeigen französischen Nutzerinnen und Nutzern auf jeden Fall angezeigt werden. Das kann man auch sehen. In der Beschwerdeschrift sind Screenshots zu sehen, wo man das eindeutig dokumentiert hat. Aber auch wir deutschen Nutzerinnen und Nutzer sind davon betroffen, diese Anzeigen erscheinen. Ich habe es auch in meinem eigenen Posteingang gesehen. Und zwar nicht nur in der Web-Version, also im Browser, wenn ich dort Google Mail aufrufe, sondern durchaus auch in der Google Mail App. Das heißt also, ein weitreichendes Thema. Nicht unbedingt das größte Problem, das man sich vorstellen kann, aber es ist eins und die großen Konzerne sollten sich natürlich an die EU-Privacy-Verordnung auch halten. Dasselbe Thema gibt es auch bei der kostenlosen Version von Microsoft Outlook. Auch Outlook geht hin und präsentiert Werbeanzeigen gelegentlich, die aussehen, als wären sie E-Mails. Finde ich interessant. Wie denkt ihr darüber? Verwendet ihr Google Mail, Outlook Mail? Ist euch das auch schon mal aufgefallen, dass Werbeanzeigen kommen, die getarnt sind als eingegangene E-Mails oder nicht? Ist euch das egal? Kommentiert das gerne. Das würde mich interessieren, wie eure Meinung dazu ist. Das war es für diese Ausgabe. Ich sage wie immer, bleibt bitte neugierig und bis demnächst. Das war es für diese Ausgabe.